The weather outside is frightful, but the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Hallo, ich bin Joris Thiersch und ich freue mich sehr, dass ich jetzt als Botschafterin für die Deutsche Kinder aus Pietz Stiftung tätig sein darf. Ich wünsche allen Kindern und Jugendlichen und deren Familien, aber auch den Mitarbeitern und allen Förderern der Deutschen Kinder aus Pietz Stiftung ein ganz, ganz wunderbares Weihnachtsfest. Und ich hoffe, ihr könnt es genießen, habt schon ganz viele Plätzchen gebacken und genießt die Zeit zusammen. Ich wünsche euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr und alles erdenklich Liebe.